Einen wunderschönen guten Tag, wir sind's wieder, wir sind's wieder, ich bin's wieder, euer Showtime und wir sind zurück bei Uncharted 4, so wird ein Schuh draus. Ja, wir sind vor dem Piratenparadies, ich weiß nicht, wir schauen mal. Okay, wir gucken mal, ich versuche mal nicht wieder ganz so viel reinzuquatschen. Oh, ist ne Sandbank, ne? Sollte ich nicht drauf fahren. Okay, ups. Wir müssen da irgendwie rankommen, ich bin mal gespannt, ob wir wirklich hier das Piratenparadies finden. Ähm, oder was, was hier auf uns wartet, müssen wir hier hin? Wenn ja, war das ja recht easy. Hier, Fahrzeug verlassen. Oh, wir können Schiffchen verlassen. Ah, komm. Und hier raus, alles klar, okay. So, hier können wir bestimmt dann noch Sachen finden, oder? Da ist eine Höhle. Die Musik ist vielversprechend. Ich sehe aktuell noch gar nichts. Okay. Was hast du da? Das werden wir rauskriegen. Burns. 17. Januar 1808. Vor einem Jahr stand ich in einer verwahrlosten Gefängniszelle in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Holzkreuz. Heute stehe ich an den Ufern eines verlassenen Archipels inmitten des Indischen Ozeans, einen Schritt näher an der Erfüllung des Schicksals, das Großvater Burns ungerechterweise verwehrt blieb. Schweres Wort. Kapitän Derby und seine Mannschaft hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Der Verlust unseres Quartiermeisters an die tödliche Falle in Schottland verbreitete keine Zuversicht. Das war bestimmt der Typ mit dem Wassereimer. Erinnert euch? Mit den Stacheln? Ebenso wenig wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Dovers zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden und die Stimmung hat sich merklich gebessert. Obwohl zwei Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Insel. In diesem Moment zum Luftholen drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieses vergessenen Inseln bekommt mich ein Gefühl, das bedauert, dass sie nicht hier ist. Und diese Aussicht mir zu teilen, das ist, die ich dazu überredet habe, zurückzubleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein und ich bin sicher, dass sie diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meint, werden wir in spätestens einem Monat mit Averys Schatz ruhmreich nach Hause segeln. Okay. Sehr schön, haben wir wieder ein altes, nein nicht Artefakt, aber naja, ihr wisst schon. Heilige Scheiße Sam, das hat bei uns Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Okay, oh. Was ist das? Okay. Rest in Peace. Gut, dann haben wir hier, denke ich, soweit alles abgegrast. Und gucken weiter. Was war denn das? Grafikfehler? So, und hopps. Na hoch mit dir. So, und rum. Mach's dir doch nicht so schwer, Junge, weißt du. So, und zack. Okay, wo fahren wir jetzt rum? Ich fahr glaube ich mal links rum. Kommen wir hier durch. Ja, da ist der nächste Strand. Oh, schaut mal. Da oben ist wieder ein Türmchen. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Okay, wir schauen, was es damit auf sich hat. Wir müssen aber erstmal bis da hoch kraxeln. Das werden wir schon hinkriegen. Bin ich zuversichtlich. Ist das eine Höhle da oben? Ne, das waren Treppen oder sowas. Da hinten geht's auch noch weiter. Da ist auch noch ein Strand. Da ist aber eine Höhle. Finden wir einen Weg zum Turm. Ja. Warte auch gleich. Wir müssen hier alles einmal unter die Lupe nehmen. Oh, so viel dazu. Ich glaube, hier geht's zum Turm, oder? Wären wir wieder bei unserem gewöhnlichen Problem. Wir suchen einen Geheimweg und finden den Hauptweg. Da geht's weiter. Denke ich. Ja, gut. Dann kraxeln wir jetzt hier gleich links hoch. Hier links ging's auch weiter, oder? Das sieht gut aus, würde ich sagen. Los, hoch mit dir. So. Hier können wir auch hoch. Ist das jetzt schon der Turm? Ne, hier ist noch eine Brücke. Ach, das genau, das haben wir eben von unten gesehen. Da geht's zum Turm, alles klar. Brücke sieht gut aus. Kann man links und rechts runterrutschen. Da kommen wir doch im Leben nicht wieder hoch. Okay, na gut, wir gehen erstmal. Gehe ja gleich hoch. Er ist jetzt aber sehr leise, ne? Er ist halt, glaube ich, gerade am Ahr der Welt. Aus unserer Sicht ist hier was? Nö. War da was? Nö. Okay, dann gucken wir mal, ob wir in dem Turm irgendwie hochkommen oder so. Oder ob es da irgendwas anderes noch gibt. Eine kaputte Leiter. Ja, gut, das müssten wir trotzdem hinkriegen. Okay, dann war auf. Mal drüber. Ne. Na, gehst du hoch. Geh doch da rüber. Du hast hier doch sonst... Wo kannst du sagen, das ist doch sonst nicht so. Ah. Okay, das war richtig gut. Probieren wir es gleich nochmal. Nein. Wobei? Kann man hier... Kann man hier auch hoch? Okay, machen wir es doch gleich so. Okay. 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 Müssen wir jetzt hier aus dem Fettsack krabbeln? Ja. Äh, zack. Jetzt unser Brüderchen auf einmal wieder da. So, hopp, 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 hopp. Und... Darüber. Na los. Noch höher? Wird sie nicht? Na komm. Dann halt so. So, okay. Oh, was ist das? Okay. Okay. Klasse. Das zeigt irgendwo hin, oder? Ein Kompasspfeil? Okay. Oh. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall drauf drücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Hm. Noch ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Ha. War doch recht einfach gehalten, oder? Pfeile, die... ...in Versteck anzeigen. Ähm. So. Und runter. Wie weit können wir uns runterlassen? Komplett, oder? So, sehr schön. Boot ist gleich da unten, hieß es. Und wo ist jetzt... Okay, das ist, ähm... ...der Pfeil. Unser Boot liegt da hinten. Richtig? Das heißt, wir müssen noch einmal komplett drumherum schippern. Genau. Okay, das machen wir. Dann schauen wir mal, wo uns, äh... ...der Pfeil hinführt. So. Oder war der Pfeil hier? Da ist der Pfeil. Okay. Aber auf der anderen Seite war, glaube ich, auch so ein Ding, oder? Na gut, wir schauen mal. Wahrscheinlich zu dem anderen Strand, den wir vorhin schon gesehen haben, als wir hier, äh... ...angelandet sind. Haben wir ja von uns jetzt, jetzt rechts hinter uns, haben wir ja schon, äh... ...noch einen Strand gesehen. Wir schauen mal. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Genau. So. Wir hätten vielleicht vorher gucken sollen, wo er genau hier zeigt. Oh, der zeigt hier rüber. Da ist noch ein Pfeil. Da ist eine Höhle, da oben. Ich muss gucken. Ja, ich weiß, wir könnten gleich weiterfahren, aber da oben war noch eine Höhle. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Da oben. Kommen wir da ran? So. Hier kann es mit Sicherheit auch noch das eine oder andere geben. Können wir die Bäume hier hoch? Nee. Wie um alles... ...kommt man hier hoch? Da. Richtig. Hast du noch schlaue Ratschläge für uns? Gehen wir doch aus dem Weg. Hier geht es wahrscheinlich auch nicht hoch. Hm. Hm. Ja, keine Ahnung. Höhle gesehen. Rätsel nicht gelöst. Toll. Ich sehe keinen Weg da hoch. Na gut. So weiter. Genau, fahren wir weiter. Würde ich auch sagen. Der Pfeil zeigt, wohin. Na. Okay. So. Hopps. Ja, mal schauen, wie viele Pfeile es nachher werden. Los. Okay. Nur keine Hektik. So. Der zeigt wahrscheinlich hier auf diese Insel. Da ist der Pfeil. Alles klar. Alles klar. Ähm. Ich hätte mal vielleicht doch nochmal genauer gucken sollen. Wartet mal. Wir schauen uns das nochmal genauer an. Aber das wirkte gerade so ein bisschen, als hätte der uns aufs offene Meer rausgeschickt. So. So. Da hinten hin. Okay. Zu dem Stein. Ach, hier. Sind hier, da unten ist noch ein Pfeil. Der schickt uns direkt hier rüber. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir hier das nächste finden. Bin ich jetzt schon dran vorbei? Ah, schaut mal da. Okay. Hier kommen wir doch bestimmt hoch. Wenn wir hier auf unser Dach raufklettern. Kann ich doch. Na, perfekt. Kommt man da jetzt in die Höhle rein, die wir gerade gesehen haben? Das wär's ja. Hätten wir es doch noch gelöst, die Folge. Wär cool. Ach, da oben ist aber ein Schatz. Alles klar. Ich hab schon leuchten sehen. Okay. Eine Tasche oder was ist das? Persische Leder-Notizbuchumschlag. Okay. Nice. Sehr schön. Äh, Bruder. Was machst du? Äh, wir müssen nochmal gerade gucken, wo uns der letzte Pfeil hingeführt hatte. Mir ist so, als hätte ich einen übersehen. Oh. Mir ist so, als hätte ich einen übersehen. Ähm, das schauen wir uns aber nochmal an. Da oben. Ja, ja doch. Genau. Ja, ja. So, hier oben war irgendwo Pfeil, ne? Äh, wir wurden zu dem... Oh Gott. Felsen geschickt. Na gut, wir drehen nochmal um. Und gucken nochmal von vorne. Äh, Hinweis. Perfekt. Da ist der Pfeil. Alles da. Ich wusste doch, wir sind an einem vorbeigefahren. Gut, ich hätte jetzt, äh, nochmal zurückgedreht und hätte da weiter gemacht. Aber mir war schon so, als wären wir hier noch an einem vorbeigefahren. Schauen wir, wo die Pfeil uns hinführt. Geradeaus weiter. Da ist der nächste. Noch weiter geradeaus. Da ist noch einer. Der will, dass wir nach links fahren. Man darf echt nicht so schnell fahren. Ich hätte ja gedacht, dass wir da durch müssen, da hinten. Bin ich jetzt schon wieder nicht richtig gefahren? Doch, da ist was. Okay. Dann geht's jetzt also hier rein. Ja. Oh. Oh, wie schön. Da können wir auch hoch. Ah, da hinten war auch ein Weg. Seht ihr das? Da ist noch ein Pfeil. Alles klar. Steckte Höhle, Stufen, sieht vielversprechend aus. Was ist das hier in der Mitte? Ein bisschen näher ranfahren. Hört mal schön da dran. Genau, so. Äh, los, schnell. Hopps, hopps. Und hopps. Okay, wir schauen mal. Kommen wir hier irgendwie. Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Im Ernst jetzt. Ist grad so ein bisschen die Frage, ob das, was wir hier machen, sinnvoll ist. Aber ich sag mal, ja. Bei mir. Na? Willst du nicht da hoch? Geh mal einen Schritt. Okay. Na? Gott sagen, habt ihr doch mal nicht so. Wir müssen bestimmt an die Stufen da hinten ran, ne? Weiter, weiter. Okay. Das geht ja mal weiter hoch hier. Ja, leuchtet da was? Nö. Okay, dann also weiter nach oben. Hoch und hoch. Okay. Alles klar. War doch fast klar. Sehr nice. Genau. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Ui, nicht runterfallen. Wo bist du? Hängst du hier? Oh, du wirst schon kommen. Okay. Uh. Das sieht ja geil aus. Der kann der können, stimmt's? Ui, ui, ui. Wir müssen doch hier mal überall ein bisschen gucken. Meine Güte. Ah, ist schon geil. Ist schon schön. Da hinten ist noch eine Höhle. Das dumme Gefühl, dass hier überall was liegen könnte. Aber wahrscheinlich ist dem nicht so. Ups. Hat was geleuchtet, oder? Ja. Sehr gut. Hat sich's doch gelohnt, nochmal zu gucken. Was ist das? Bronzene Dekan-Schnabelschale. Okay. Sehr schön. Hat sich dann doch schon direkt gelohnt. Dann können wir mal gucken gehen. Mein Gewissen ist beruhigt, auch wenn hier noch mehr Schütze rumliegen. Na. So. Oh, guck. Der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herum finden. Das sieht doch hier nach Hochklettern aus, oder? Nicht? Wir müssen einen Weg herum finden. Mhm. Dann würde ich mal fast behaupten, dass man hier hoch kann. Ah, hier meinte ich zwar nicht, aber das sieht auch nicht schlecht aus. Okay, man wird also sogar noch gezwungen, sich hier umzuschauen. Alles klar. So, hier könnte... Hier sind wir zwei hergekommen. Brüderchen? Wo bist du? Das wird bestimmt da an dem Eingang irgendwo sein, oder? Dass man hoch kann, kommen wir hier hoch? Naja, klasse. Äh, was zur Hölle ist denn hier? Okay, hier waren wir auch noch nicht. Hier könnte man auch einen Schatz verstecken. Muss man aber nicht. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder nicht hoch. Doch. Komm, alles klar. So, wo steht denn unser Brüderchen rum? Da, alles klar. Ah, okay. Sehr schön. Das heißt, wir kommen dann hier hoch. Und kommen dann da weiter. Naja, gut. Aber ihr ahnt es schon. Nach unserem Bootsausflug und, ähm... Nach den Hinweisen auf das, ja, Paradies der Piraten machen wir jetzt hier an der Stelle erstmal einen kleinen Folgen-Cut. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start, wenn wir hier weitermachen mit den Drake-Brüdern. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Euer Showtime. Tschüss.